Jauuuu, was geht ab meine Freunde und Freundinnen? Ich, äh, ich hab keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Ich bin gerade so durch Steam gestöbert und dachte mir, wildes Tierrennen, das, das ist jetzt das, was ich jetzt unbedingt in dieser Sommerpause spielen möchte. Nehme ich. So, wie es hier hinten rumrennt. Wie geil ist das? Okay, Straßen, Weltreise, magisch Rallye. Komm, wir fahren eine fette Rallye, Alter. Holy! Okay, wie kann ich Gas geben? Mit WASD oder so? Oder Pfeiltasten? Alter, das Spiel. Okay, Pfeiltasten. Hui! Fick dich, Elefant. Geh weg. Geh weg. Okay, geil. Oh, nein. Ich bin hier rausgeflogen. Moment. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Kann ich hier was einsammeln? Fragezeichen. Okay. Geil. Ich hab hier Spikes an den Reifen oder sowas. Keine Ahnung, Mann. Oh, geil. Fünf Punkte. Zehn Punkte. Was tue ich hier? Geil, Alter. Die Runde wird einfach angezeigt in Prozent. Wie lange das noch dauert? Alter! Du Nashorn. Ohne Witz. Verschwinde. Diese Mucke, Alter. So actiongeladen, Junge. Ja, was ist das jetzt? Kann ich jetzt hier irgendwie springen oder so? Ja, tatsächlich. Auf Leertaste kann man, konnte ich. Nee, kann man immer noch. Kann ich Nitro drücken? Oder sowas? Meine Fresse. Ich will das haben. Ach, Mann. Diese Lenkung, Alter. Warum? Warum produziert man so ein Spiel? Wie kann ich denn hier was? Enter. Wehe. Ich muss mir, ich muss mir, ohne Witz, ich muss mir die Steuerung angucken, Alter. Äh. M. Ja, sicher. Wer kommt da nicht instant drauf? Ach, nee, Moment. Spieler 1 und Spieler... Moment. Nö. Splitscreen ist das geil. Okay, äh. Steuerung ist eine Waffe und das ist anscheinend springen. Dieses Zeichen für springen ist auch mega geil, Alter. Okay. Spielt das jemand im Multiplayer? Ach so, jetzt kann ich Freunde einladen, ey. Auf jeden Fall. Das müssen die sich alle kaufen, Alter. Das müssen wir im Stream spielen. Warte mal. Für den Löwen, Alter. Tü, 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 tü. Weltreise. Ägypten. Holy shit. So. Oh, geil. Ich kann auch mit WASD steuern. Das ist natürlich nice. Yeah. Fünf Punkte. Nein, ich hab das Fragezeichen verpasst. Shit. Wow. Das ist auf jeden Fall mitreißender als Need for Speed, Alter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen hier so mit der Maus im Bild. Ist schon ganz geil. Kann ich zwischendurch dem Löwen hinterm Ohr kraulen? Ich hoffe, das sieht man auch jetzt in der Aufnahme. Ansonsten ist es doof. Äh. Okay, warte. Toll. Meine Waffe ist schon wieder weg. Mein Hammer oder was das auch immer war. Ja, er fährt einfach auf zwei Rädern weiter. Holy. Er hat's mega drauf. Zebra. Boots, Junge. Verschwinde. Diese Rakete, Alter. Nicht im Ernst. Ach nein. Ich komm da nie dran, Leute. Ohne Scheiß. Diese Steuerung. Aber ey. Ich schwöre, das Spiel, das lohnt sich. Oh, Vorsicht. Da, da, da. Nein. Nein. Warte. Warte. Ich kann ja auch nirgendwo hingucken oder so. Geschweige denn die Kamera mal drehen. Ey, da ist ein Fragezeichen. Da. So, was hab ich? Geil, Alter. Ohne Witz, Mann. Was ist das, Alter? Boah, ey. Das hat die Welt gebraucht. Dieses Spiel. Ohne Scheiß. So, ich geh nochmal raus. Ich möchte mit diesem fetten Elefanten, weil der mir ähnelt fahren, und dann, äh, auf der magischen Strecke. Wolkeland. Ja, Wolkeland, das muss man natürlich unbedingt zocken. Ich habe im Übrigen 1000 FPS in diesem Spiel, laut DxTory und Shadowplay. Uch. Aua. Was ist das für eine Scheiße, Alter. Jetzt mal ohne Witz. Ich komm hier nicht klar, Alter. Es macht aggressiv auf eine Art. Was ist denn jetzt? Oh. Oh. Ich. Ich bin der Letzte. Ich muss noch ins Ziel, glaube ich. Guck mal, wie sie sich freut, weil sie Erste ist. Diese Scheiß-Giraffe. Ohne Witz. Ich mach dir einen Knoten in den Hals. Putz. Oh Gott. Also, jetzt mal ohne Spaß. Auch wenn das Spiel vielleicht irgendwie für Kinder gemacht ist oder so, ne? Aber wie kann man so einen Scheiß anbieten? Paul. Lieber Paul Vogel. Ja. Äh. Immerhin unterstützt er sehr, sehr viele Sprachen. Tatsächlich. Das ist schon mal gut. Deutsche. Okay, Freunde. Ich denke, das reicht. Tschüss. Äh. Shelley. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. row saying. Wie gesagt.